Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zwischen den Projekten gibt es ja auch meistens ganz, ganz viel Arbeit, die ich irgendwie machen muss, damit das hier alles funktioniert. Und das hier soll heute mal so ein Video sein, in dem ich euch so ein paar Hintergrundinfos zeige, was zwischen den Projekten und was alles noch so hinter der Kamera stattfindet. Bleib unbedingt am Video dran, ich werde dir heute tatsächlich auch mein Blockband-Sägewerk zeigen und das Förderband, was ich vor mehreren Monaten gebaut habe. Und ich kann nur so viel dazu sagen, das wird richtig cool. Dazu gibt es aber später mehr im Video ein paar Informationen. Vom Autorausladen bis irgendwelche Sonderanfertigungen, von was auch immer, darum soll es heute mal gehen. Vielleicht, wenn es euch gefällt, wird es dann das auch ein bisschen öfters geben. Und genau, Punkt Nummer 1, den ich jetzt als erstes mal ausführen muss, ist Holz für einen Drechselkurs. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, die Drechselkurse sind mittlerweile ready, das funktioniert alles. Das waren auch schon einige hier in meiner Werkstatt da. Und in dem ersten Anfängerkurs trägst du mir halt eben hier so einen schicken Kerzenständer. Da schauen wir uns alle Punkte an von der Holzauswahl, von der Maschine, was da alles dazugehört, wie man das Ganze hier drechselt. Und da zeige ich euch einige Werkzeuge, die ihr auch gerade am Anfang für ganz viele Projekte benutzen könnt. Und dafür brauchen wir hier solche Holzrohlinge, die ich jetzt gleich herstellen werde. Ich habe keine richtigen Rohlinge mehr für den Drechselkurs und weil das mit am wichtigsten ist, damit jeder ein bisschen Holz hat zum Drechseln, werde ich jetzt aus hier diesen schönen Bohlen. Hinten habe ich noch ein bisschen Eichenholz, das hier ist Kirschholz, Walnuss, ein paar Rohlinge herstellen, damit jeder Kursteilnehmer auch ein schönes Stück Holz hat, was er benutzen kann zum Drechseln und später einfach schön aussieht. Damit geht es als erstes jetzt los. Hinten habe ich noch ein paar Rohlinge herstellen. Hier sehen wir natürlich jetzt einige Kanthölzer, die ich hier rausgeschnitten habe, aber was bei solchen Arbeiten nie so wirklich ersichtlich ist, ist halt eben, wie viel Holz leider in den Ofen wandern muss. Wegen diesen Abschnitten habe ich in der Vergangenheit schon öfters mal eine Frage bekommen, was ich denn damit tue oder ob ich die halt eben abgebe. Jetzt habe ich parallel dazu noch den Hinweis bekommen von Kursteilnehmern, dass es cool wäre, wenn man Drechselhölzer bei mir einkaufen könnte, sodass ich das halt eben jetzt so ein bisschen kombiniert habe. Ich habe jetzt auf kontoholz.de, meiner Webseite, eine neue Kategorie Hölzer erstellt und da findest du halt eben jetzt von Querholzrohlingen bis zu Kanteln auch diese B-Warenhölzer, die ich gerade hier im Prinzip zugeschnitten habe, oder auch tatsächlich die Waldkanten, wenn man eben das für seine Projekte braucht. Diese B-Warenhölzer wären im Prinzip okay, um Schalen oder ähnliches zu drechseln, aber teilweise sind hier manche Fehlerstellen halt eben drin, weswegen ich die dann trotzdem nochmal ausgesondert habe. Aber wenn man zum Beispiel einen Messergriff baut, dann wäre das hier wirklich eine richtig feine Sache. Das hier ist direkt ein gutes Beispiel. Man könnte denken, okay, hier hat man noch die Möglichkeit, einen schönen Streifen rauszuschneiden, aber wenn man das Ganze einmal rumdreht, sieht man direkt, dass hier ein Riesenast drin ist. Und das ist nichts, was ich meinen Kursteilnehmern irgendwie zuschneiden oder zuleiben wollen würde, weil das muss natürlich sicher auf der Tricksalbank aufgespannt werden können und das hier zählt nicht dazu. Hier haben wir noch ein schönes Stück, sieht auch eigentlich ganz gut aus, aber wenn man leider mal in die Stirnholzseite schaut, sieht man auch hier einen riesigen Riss. Das heißt, das hier kommt alles in die Brennholztonne. Hier haben wir ein Stück Walnuss, das wird funktionieren, da haben wir keine Haarrisse drin. Diese beiden Kisten waren eben noch fast leer, jetzt sind hier einige Stücke dabei, wie gesagt, die leider nicht mehr zu verbrauchen oder zu verwenden sind. Vielleicht schneide ich mir aus dem einen oder anderen noch was raus, hier ein Drechselprojekt, aber im Großen und Ganzen ist das hier alles Brennholz. Kamera könnte man mal wieder sauber machen. Die Rohlingen sind jetzt schon mal zugeschnitten und verleimt, die können jetzt erstmal ein bisschen trocknen. In der Zwischenzeit werde ich eine Bestellung fertig machen, da bekommt nämlich jemand ein paar Tester, der verkauft nämlich mein Finish auf seinen Märkten und da müssen wir einmal ein bisschen was nachschauen. Da sind hier ein paar Tester, da sind die Dosen nicht mehr so viel, aber er wollte sich die einfach nur mal anschauen und da habe ich das mit dem eben noch einmal besprochen. Das heißt, da werde ich mal die schönen Dosen raussuchen und die bekommt er dann zugeschickt. Dann haben wir vergangenen Samstag das Sägewerk und mein Fließband benutzt. Da gibt es auch dann zwei eigene Videos von, da habe ich hier einen kleinen Ausschnitt. Da habe ich schon mein ganzes Zeug im Auto, das werden wir jetzt einmal ausladen, weil zu viel ist, werden wir einfach eine Palette nehmen, da müssen wir nicht so oft gehen. Jetzt kann ich mich ganz einfach hier den ganzen Kram nehmen und kann den einfach wieder einsortieren, sodass ich beim nächsten Mal alles direkt wieder griffbereit habe. Bevor man hier so einen Kanister wegstellt, wenn man den die ganze Zeit der Sonne hatte, sollte man den immer mal aufmachen, ein bisschen zusammendrücken, weil bei Hitze dehnt sich das natürlich ein bisschen aus. Das ist übrigens so meine Kiste an Werkzeug für die Motorsäge. Das ist jetzt nicht mehr richtig angepasst, da sind noch ein paar Dinge drin, die einfach so drin rumliegen, weil wir es jetzt am Samstag gebraucht haben. Aber was habe ich so dabei, wenn ich mit der Kettensäge oder mit der Motorsäge oder halt eben mit dem Sägewerk arbeite? Hier ein Becher für Anchorsiel. Das Anchorsiel steht schon drin. Das hier sind die Stützen, die muss ich nochmal anpassen von meinem Sägewerk. Die muss ich ein bisschen einkürzen. Diese Handschuhe hier sind extra dafür gedacht, dass wenn ich ein Band auswickele, weil wenn das mal gegen die Hände fliegt, dann sind so richtig feste Handschuhe wirklich praktisch. Ein paar Schraubzwingen sind immer ganz praktisch. Ein Pinsel für das Anchorsiel. Der Lappen ist, wenn man irgendwie was entfetten muss, weil ich musste nämlich ein Klebemaßband festkleben und ein paar Schlüssel. Aber generell sind auch noch so ein paar Dinge drin. Muss ich einfach mal so ein bisschen aussortieren. Das mache ich aber, wenn ich das nächste Mal wieder was schneide. Stammheber, das können auch nicht schaden. Das ganze andere Zeug, das steht schon wieder drin im Lager. Das ist aber natürlich nicht alles. Wie gesagt, das soll nur mal so ein kleiner Mitschnitt werden, was ich so alles benutze, was ich dabei habe. Hier ist zum Beispiel die Kiste. Da ist im Prinzip alles für die Motorsäge dabei, wenn ich zum Beispiel das Kettensägenwerk benutze. Hier ist dann immer eine entsprechende Ersatzkette. Da sind auch Längsschnittketten dabei, Pfeilen, ein paar Züge sind auch dabei, Zündkerzen. Aber im Prinzip, wenn ich so diese Kiste hier dabei habe, kann ich mit der Motorsäge schon ziemlich viel machen. Früher dachte ich immer, es wäre cool, wenn man richtig viel Zeug mitnehmen muss. Aber mittlerweile ist es schön, wenn man die Kettensäge, den Kombitank, vielleicht ein Sappi und das Ding hier mitnehmen muss. Und dann mit allem schon eigentlich anfangen kann zu arbeiten. Neuer Tag, nicht ganz so viel Glück. Boah, ich bin krank. Ich glaube, ich bin das erste Mal seit zwei Jahren krank, seitdem ich selbstständig bin. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt noch ein bisschen was fertig machen. Am Montag ging nicht mehr ganz so viel, deswegen mache ich heute am Mittwoch weiter. Und deswegen schneiden wir jetzt die Drechselrohlinge zu. Ich habe mir vor ein paar Wochen so ein Schraubzwingenregal gebaut. Und die Schraubzwingen liegen ganz da hinten in der Werkstatt. Tatsächlich habe ich mich damit schon ganz gut abgefunden, dass ich die Schraubzwingen passend holen muss. Schön ist halt eben jedes Mal, dass man dann die gleichen nehmen kann. Deswegen ist es ganz okay. Ich nehme da hinten immer die passende Anzahl von Schraubzwingen, nehmen sie mal hier an die Werkstatt, an die Werkbank. Und kann dann halt eben danach alles ausspalten und wieder hier rüberhängen. Ich zeige es euch mal, wie das dann aussieht. Die sind ja alle in Sorten rein, deswegen kann ich sie hier einfach direkt vorsortieren. Dann kann ich mal hier eine kurze Hand nehmen und kann rübergehen. So, da hinten sind die längeren. Ich habe damals bei dem Bau, glaube ich, mich so ein bisschen unterschätzt, wie viele Schraubzwingen das sind. Aber nichtsdestotrotz ist es hier immer besser, mehr zu haben als zu wenige. Gerade hier oben diese Reihe an Schraubzwingen, das ist eigentlich so die geilste Variante. Gerade hier so diese kleinen, damit kann man diese ganzen handlichen Teile einfach zusammenzwingen. Die sind nicht so schwer. Richtig feine Sache. Richtig feine Sache. Die Drechselrohlinge sind fertig und bitte nicht wundern, warum manche ein bisschen kürzer sind. Ich habe so eine Minimallänge, das sind 16 cm, was die halt eben lang sein müssen. Der hat jetzt nur 14 cm, das bedeutet, ich benutze den zum Drechseln. Und alles, was länger ist, können dann halt eben die Kursteilnehmer benutzen. Ich brauche ja auch immer ein Stück zum Demonstrieren. Ich mache die extra ein bisschen länger, damit die mehr Abstand zum Spannfutter haben. Das ist der einfache Grund. Da muss ich es auch nicht wegschmeißen, das soll es, weil ich kann es ja trotzdem dann als Anleitung vor Ort benutzen. Hier mal so eine kleine Sache. Ihr habt vielleicht im Schnitt gerade gesehen, dass hier manche Abschnitte sich zwischen dem Sägeblatt und der Tischkreisäge verkeilt haben. Das ist gar nicht so ein großer Grund zur Beunruhigung, würde ich das jetzt mal einschätzen. Weil wenn ihr die Tischkreisäge schnell ausmacht und sich das hier drin verkeilt habt, dann könnt ihr einfach von Hand das Sägeblatt nach hinten drehen und dann könnt ihr das direkt schon wieder lösen. Es gibt ja hier diese Zero-Clearance-Insert-Teile. Das ist hier bei meiner Tischkreisäge nicht, um zu lösen, weil neben dem Sägeblatt zu wenig Platz ist. Ich zeige es euch mal. Hier kann man die Einlegeplatte halt eben rausnehmen. Wenn das Sägeblatt ganz draußen ist, dann geht das nicht ganz so einfach. Das hier ist die Einlegeplatte und ihr seht auch, dass die in den vergangenen Jahrzehnten schon einige Marken abbekommen hat. Das hier ist von mir. Das war so ein Testvideo, wo ich euch mal gezeigt habe, wie gefährlich so eine Tischkreisäge werden kann. Und rechts wäre viel zu wenig Platz für so eine Einlegeplatte. Deswegen. Also ich löse das dann einfach so, dass ich die Maschine ausschalte und das Stück Holz rausnehme. Bei ausgeschaltenem Zustand natürlich. Würde mich mal interessieren, wie ihr damit umgeht. Das ist so einer der wesentlichen Sicherheitsvorteile, wie ich es halt eben sehe, an hier diesem Schiebeschlitten. Denn der verhindert halt eben, dass ich mich vor die Tischkreisäge stelle. Ich kann mich höchstens wirklich hier dran lehnen, den Anschlag noch bedienen. Aber wenn hier dann wirklich mal ein Stück Holz wegfliegt, dann ist das erstens mal auf der rechten Seite. Ich dehne ein gutes Stück weiter links. Und dazu kommt dann halt auch eben immer noch die Spanhaube. Und ich habe früher die Spanhaube hier dran nicht benutzt. Zugegebenermaßen. Viele haben ja zum Beispiel diese Bosch GTS Tischkreisäge. Und da ist die Spanhaube halt eben hinten an dem Spaltkeil befestigt. Vielleicht wäre es für euch auch eine Überlegung wert, dass ihr euch so eine Spanhaube baut. Da gibt es auch ein Video, das war eins von den ersten noch auf meinem Kanal. Richtig, richtig praktisch, weil ihr könnt halt auch eben verdeckte Schnitten machen und müsst einfach nur die Spanhaube nach oben bewegen. Und ihr habt ein richtig gutes Sicherheitsfeature, was ihr halt auch wirklich immer benutzen könnt, weil ihr müsst nicht hinten an dem Spaltkeil die Spanhaube halt eben runternehmen. Ich habe mal in einer Schreinerei gearbeitet und da habe ich auch einmal gesehen, wie so ein Streifen volle Möhren da hinten weggeflogen ist. Der Schreiner ist ganz cool geblieben, weil er wusste halt auch auf jeden Fall, dass er auf der linken Seite steht. Und es kann halt schon mal passieren. Also solange man weiß, dass es passieren kann und kann halt eben sich so stellen, dass nie was passieren kann, zum Beispiel hier auf der linken Seite, sehe ich das als gar nicht so große Gefahr. Also, baut euch vielleicht so eine Spanhaube nach. Richtig cool, ihr könnt besser absaugen und ihr habt auf jeden Fall viel mehr Flexibilität, weil ihr halt eben das Ganze hochstellen könnt. Und wenn es dann irgendwie mal verkeilt oder, 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 eben hat sich auch einmal ein Stück gefangen und das wurde unten reingezogen, dann ist halt einfach viel, viel mehr Material vor euch und vor allen Dingen über dem Sägeblatt, weil es euch halt eben schützt. Coole Sache, Spanhaube, habe ich früher anders drüber gedacht, aber das ist schon einige Jahre her. Nächstes Thema Absauganlage. Ihr seht ja meine Absauganlage, da gab es ja auch ein eigenes Video drüber. Bin ich super, super zufrieden mit. Ich habe schon sehr viel mitgearbeitet und die Spendetüten sind immer noch relativ leer. Ja, das nächste Sinnvolle oder das nächste Must-Have bei einer Absauganlage ist natürlich die Verrohrung. Ich habe so eine Teileliste, die werde ich jetzt nochmal überprüfen, was Abzweige, Bögen, Schläuche, Schlauchanschlüsse, Maschinenanschlüsse angeht. Und da werde ich mir jetzt einmal nochmal einen Plan malen und überprüfen, ob die Teile, die auf dem Angebot sind, ob die halt eben passen. Wie sieht es denn derzeit an der Absauganlage aus? Hier haben wir diese wunderschöne Holzprofi-Absauganlage. Die hat einen 150er Anschluss, das muss ich auf 140 reduzieren, weil mein ganzes System auf 140 aufgebaut sein wird. Und der Plan ist halt eben, dass hier ein Stück an die Wand geht mit einem Abzweig, einmal zur dicken Hobelmaschine. Dann hat die wirklich am meisten Saugleistung, direkt mit 140, nur diese kurze Strecke hier direkt auf die Absauganlage. Und dann will ich hier so ein Stückchen mit einem Abzweig hoch, mit 90 Grad dann rüber, nochmal 90 Grad hier rüber. Und dann will ich hier einmal einen Anschluss, noch einen Anschluss, Anschluss, einen Abzweig, damit ich hier theoretisch eine Bandsäge anklemmen könnte oder halt eben eine andere Maschine. Dann geht die Absaugleitung hier hoch, hier so rüber, nochmal 90 Grad, beziehungsweise mit dem Abzweig, weil der Langbandschleifer wird später angeklemmt. Und dann muss hier auch ein Rohr runterkommen für die Spanhaube, für die Tischkreissäge, für die Hobelmaschine, beziehungsweise Abrichte. Da wird sehr wahrscheinlich eine ganz alte, große Abrichte dann hinkommen und da werde ich mir jetzt mal einen kleinen Plan malen. Ich bin vorher einfach durchgegangen, habe mir das Ganze angeschaut und habe dann einfach notiert, was ich brauche. Aber das ist ein bisschen schwierig, um es dann nochmal nachzuvollziehen. Deswegen mache ich mir jetzt hier mal einen Plan von, von der Seite, von der Seite bis zur Decke dann und dann noch im Prinzip nochmal eine Draufsicht auf die Decke. Denn je nachdem, wo ihr eure Absaugrohre bestellt, also die Metallabsaugrohre, dann werden die nämlich individuell halt eben immer hergestellt. Und deswegen könnt ihr die halt eben anschließen, soweit ich weiß, nicht umtauschen. Alle Teile werden individuell auf die Bestellung halt eben dann hergestellt, zumindestens mal da, wo ich die Absaugrohre bestelle. Und deswegen male ich mir das Ganze jetzt nochmal auf und überprüfe das mit der Stückliste, die ich halt eben in dem Angebot hier schon mal habe. Mal jetzt so ganz simpel erklärt. Ich komme von nach hinten mit 90 Grad, dann habe ich hier mal einen 120er Anschluss, einen 120er Anschluss. Da werde ich bald vielleicht noch einen großen Tellerschleifer bauen und der Kantenschleifer hat einen 100er Anschluss. Da muss ich noch einmal hoch und ich will hinten noch einen 120er Anschluss haben für zum Beispiel die Bandsäge, wenn da mal eine größere Bandsäge kommt. Das könnte zum Beispiel so aussehen, Abzweig 140, 140, 120, 45 Grad Stück. Da brauchen wir hier einen Absperrschieber und einen Schlauchanschluss. Nochmal das gleiche, dann der Abzweig mit 140 hoch mit einem 45 Grad Stück, damit man halt eben an die große Leitung kommt. Und dann am Schluss nochmal 140, aufreduziert 120 und dann hier 100 für den Kantenschleifer. Ein 45 Grad Stück mit 100 Millimeter und dann brauchen wir auch hier nochmal einen Schlauchanschluss. So könnte das vielleicht aussehen. Hier ist dann der 90 Grad Bogen, der an die Decke geht. Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich passen, sodass ich jetzt alle Maschinen hier wirklich neu an ein Metallrohrsystem anklimmen kann. Denn es gibt da eigentlich zwei größere Veränderungen. Zum einen ist halt eben alles aus Metall, das bedeutet, man kann sie an allen Maschinen direkt gut erden. Das ist eine feine Sache. Und eine zweite Änderung, die ihr auch mit einplanen solltet, sind nämlich Maschinenanschlüsse. Bei hier dem System ist mein Maschinenanschlüssel nämlich im Prinzip so gelöst. Ich zeige es euch mal. Hier ist relativ viel simpel. Wir haben hier einen Schlauch, wir haben eine Rohrleitung, wir haben einen Sperrschieber. Bei Metall ist das ein bisschen anders. Wir haben da erstmal einen Maschinenanschluss, der ist nämlich nicht so gelöst wie hier. Da wird der Schlauch nämlich über das Rohr geschoben und dann kann man hier mit einer Siggeschelle das hier schon mal zumachen. Hier haben wir dann zum Beispiel einen 45 Grad Anschluss, den werde ich hier sehr wahrscheinlich weglassen. Dann haben wir einen Sperrschieber und dann haben wir hier oben nochmal den Abzweig. Das sind tatsächlich schon alle Teile, die man braucht, um halt eben mit der Maschine hier ranzugehen. Wenn die Teile dann ankommen, dann werde ich ein eigenes Video auch über die Installation machen. Und da werde ich denke ich einmal alle Teile zeigen, die wahrscheinlich jeder brauchen wird, wer sich denn dafür entscheidet, so eine Rohrleitung dann aus Metall zu machen. Denn es gibt einen riesigen Vorteil, den man bei so einer Metallrohrleitung halt eben hat, die man bei KG-Rohren nicht ganz so hat. Und zwar ist das hier dieser Punkt. Wir haben hier eine Schelle, damit können wir, ich will es nicht ganz lösen, dass es sich hier ein bisschen verknaubt, damit kann man nämlich hier halt eben diese Schelle lösen und man kann das Rohrsystem erweitern, verändern, einen anderen Schlauch anschließen und so weiter und so fort. Hier seht ihr auch übrigens so einen Schlauchanschluss, der Schlauch ist über drüber gestülpt. Hier sieht man so ein bisschen das Ende und das bedeutet halt eben, man kann das Rohrsystem minimiert erstmal bauen und wenn man merkt, man braucht noch einen Anschluss, dann ist es hier einfacher, das Ganze wieder de-zumontieren. Da oben kann man es ganz gut erkennen, ein KG-Rohr, das lädt sich ja so ein bisschen auf. Meistens nicht so schlimm, dass es irgendwie knallen tut, aber das wird immer dreckig, weil der Staub dann eben draufgelegen bleibt und außerdem ist da die Befestigung von den einzelnen Rohren nicht so gut. Bei diesen Siggeschellen ist es dann halt eben so gelöst, dass die wirklich richtig miteinander verbunden sind und auch nicht auseinanderrutschen können. Denn hier dieses Rohr schon einige Male von meiner provisorischen Absaugrohrleitung ist schon ein paar Mal auseinandergerutscht. So, ich nehme das hier schon zum dritten Mal auf, weil ich finde keine Worte mehr zu dem, was ich sagen will. Langsam wird es ruhiger hier in der Werkstatt, der Sommer kommt, gerade im Sommer findet hier in der Werkstatt nicht ganz so viel statt, außer in dem jetzt die Drechselkurse, weil halt eben mehr im Sommer halt Freizeitaktivitäten angesagt sind, nicht immer als von mir, sondern von euch und im Allgemeinen. Das sieht man immer ganz, ganz extrem, sei es jetzt irgendwie bei Umsatzzahlen oder bei den Aufrufen, wenn mal der erste schöne Tag ist nach einem verregneten Wochenende, dann ist der Montag, Dienstag meistens gar nichts mehr los, was so im Internet angeht. Und genau, deswegen musste ich das dieses Jahr oder will ich das dieses Jahr auch so ein bisschen anpassen, dass ich dann auch mit mehr Energie im Winter nochmal durchstarten kann oder im Spätfrühling, Spätjahr, ihr wisst, was ich meine. Das sind so ein paar Arbeiten, die sind jetzt mal angefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und bis zum nächsten Video. Nach diesen zwei Videos wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Ciao.